Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute meine aktuellen Naturkosmetik-Favoriten zeigen, beziehungsweise fast vielleicht auch Naturkosmetik. Und wir beginnen natürlich mit der Hautpflege. Und da verwende ich momentan das Hyaluron Serum von Daytox. Das habe ich bei DM gefunden. Ich weiß nicht, ob es die Marke da schon lange gibt. Auf jeden Fall waren die Inhaltsstoffe echt ganz okay. Und ich wollte halt einfach eine günstigere Alternative haben, weil ich sonst immer sehr teure Hyaluron Serum verwendet habe. Vom Tragegefühl ist es super. Wie weit das jetzt was bringt, kann ich natürlich jetzt nicht so sagen. Ich benutze eher ein Hyaluron Serum einfach für die Feuchtigkeit. Und weil es einfach super angenehm und frisch auf der Haut ist. Genau, und das kostet 20 Euro ungefähr. Relativ teuer für DM-Verhältnisse. Trotzdem relativ wieder günstig zu anderen Hyaluron Gels, die ich sonst verwendet habe. Ich werde aber auch nochmal ein Video zu Hyaluron Säure machen, worauf ihr da achten sollt und so. Aber auf jeden Fall ist das okay, finde ich, für den Preis. Dann eine Pflege, die ich momentan sehr gerne benutze. Und zwar ist die von Lovely Day. Das ist eine Naturkosmetikmarke aus Berlin. Ich hatte das Produkt hier zugeschickt bekommen. Und das ist der Glow Juice. Also der hat so Glimmerpartikel, die ganz dezent sind. Also sehr angenehm. Und es riecht so ein bisschen nach Honig, würde ich jetzt sagen. So ein bisschen süßlich. Wenn ja so und so was Süßes angeht, dann direkt bloß nicht. Aber das ist wirklich sehr angenehm. Genau, den Glow sieht man jetzt aber auch nicht so krass. Also wenn ich jetzt Make-up auftrage, habe ich heute auch drauf. Also man sieht jetzt nichts mehr vom Glow, würde ich sagen. Aber trotzdem, vielleicht kaschiert das so ein bisschen oder reflektiert das Licht im Alltag. Und ich finde die Pflegewirkung nicht gut, weil es eine leichte Pflege ist. Die aber trotzdem, finde ich, sehr intensiv ist. Und für meine Haut und für mein Alter finde ich echt perfekt. Die haben auch noch andere Sorten. Ich hatte auch diese Marshmallow-Sorte. Die fand ich auch gut. Von der Pflegewirkung sind die relativ gleich. Und jetzt will ich noch die mit Rosenwasser, glaube ich, haben die auch noch eine. Die will ich auch noch unbedingt testen. Aber sehr, sehr zu empfehlen. Genau, und dann geht es weiter. Und zwar habe ich die Nui Foundation wieder für mich entdeckt. Ich hatte immer so das Problem mit der... Was ist da los unten? Ich hatte immer so das Problem mit der Farbe, weil ich ein sehr gelbstichiges Gesicht habe. Und die haben mir jetzt letztens die Foundation Puro zugeschickt, Nummer 5. Und also die Natural Liquid Foundation in der Farbe Puro, so Nummer 5. Und die ist schon deutlich gelber. Allerdings ist die noch ein bisschen zu dunkel. Deswegen mische ich sie mit einer helleren. Aber grundsätzlich würde ich mir natürlich noch wünschen, dass die andere Farbe rausbringen. Aber ich habe jetzt die Foundation auch drauf. Also Matau und Puro gemischt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht zu diesem Look hier, zu diesem Make-up-Look. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Das ist hier Full Face Nui. Verlinke ich euch auch unten nochmal in der Infobox und in der Infokarte. Und seitdem ich diese Foundations mische, benutze ich die eigentlich auch jeden Tag. So, dann geht es weiter. Und zwar benutze ich auch sehr gerne hier... Und wo habe ich den denn? Den Bronzer von Nui. Den Bronzer wollte ich nochmal speziell erwähnen, weil er auch sehr gute Inhaltsstoppe hat. Beziehungsweise alle Produkte von Nui haben ganz gute Inhaltsstoppe. Aber was ich sagen möchte, das Puder enthält zum Beispiel auch keinen Teig, was so die Haut halt austrocknet. Oder irgendwelche andere Substanzen, die sehr, sehr die Haut austrocknen. Ich hoffe, ihr hört das. Diese Geräusche ist gerade nicht. Deswegen ist das für mich auch eine Alternative zu einem Berminerals Pudern. Weil die waren ja mal lose in so einem Paket. Und das ist jetzt halt hier gepresst, was ich sehr gut finde. Die Inhaltsstoppe sind super. Es kommt plastikfrei, was ich auch super finde. Hat natürlich Inhaltsstoffe, tierversuchsfrei, also perfekt. Und kann man halt auch super für unterwegs mitnehmen. Und ja, ein großer Favorit, auch von der Farbe, finde ich den wirklich sehr schön und harmonisch. Und ja, den werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ja, dann noch ein Favorit. Meine Haare. Und zwar, ja, finde ich diese Haarfarm echt mega cool. Ist mal was anderes, irgendwie so ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus zu gehen. Ich habe ja sonst oft diese langen, dunklen Haare gehabt. Und ich denke jetzt, das ist mal was anderes. Und ich mag das auch, wenn so ein Rosastich drin ist. Da muss ich mir nur so Trops holen. Also ich mag das jetzt nicht, wenn die rosa sind, sondern wirklich so einen Hauch rosa haben. Dieses beige, blonde. Genau, und ich habe das natürlich beim Friseur machen lassen. Das war auch eine lange Prozedur. Das, um die Haare halt nicht zu krass zu schädigen, habe ich wirklich das in mehreren Etappen gemacht. So sieht es auch viel natürlicher aus. Über Folie, über Paintings und so weiter. Und genau, das habe ich bei alles Kopsa Frisure gemacht. Da gehe ich ja öfter hin. Die Nadine kenne ich schon seit Jahren. Da kann ich euch nochmal alles dazu verlinken, wenn ihr auch Interesse habt und aus der Umgebung Recklinghausen kommt. Dann auch ein Favorit ist hier die Deo Creme von Green Door. Die gibt es übrigens auch bei DM. Ich habe ja auch ein DM-Favoriten-Video schon gemacht. Da habe ich es auch gezeigt. Aber das wollte ich nochmal erwähnen, weil das wirklich gut ist. Es riecht sehr angenehm, so nach Babypuder. Babypuder frisch, finde ich. Und man riecht es aber nicht den ganzen Tag, ne? Also es ist sehr dezent. Und ich trage das immer mit so einem Pinfel auf. Erwähne ich öfter. Aber ich finde mit den Fingern ist das immer so eine Sauerei. Mit so einem von DM. Und dann gehe ich da an den Achseln so ein bisschen lang, genau. Auch ein sehr großer Favorit ist zurzeit der Concealer hier von Hime Beauty. Da hat sich ja die Rezeptur verändert, ne? Ich habe ja mal so ein Top-Concealer-Video gemacht, genau. Und da war der Hime Beauty Concealer noch sehr, sehr trocken. Und bei Mai hatte ich dann entdeckt, dass die Konsistenz sich geändert hatte. Sie hatte mich mal besucht und hatte den neuen Concealer dabei. Und ich dachte mir, echt cool. Weil der andere war wirklich sehr, sehr trocken. Und der ist jetzt perfekt für unter die Augen. Er ist cremig, aber sehr deckend. Ich finde, man könnte ihn schon fast sogar als Foundation benutzen. Genau, sehr gelbstichig. Ich habe ihn in der Farbe Light. Ja, das ist so mein absoluter Naturkosmetik-Favorit in Sachen Concealer. Also es gibt natürlich auch andere gute Concealer. Aber Hime Beauty, da bin ich auf jeden Fall hängen geblieben. Viele wissen nicht, ob sie RMS bestellen sollen oder Hime Beauty. Ich finde persönlich RMS ein bisschen glowiger. Ein bisschen hat eher so einen feuchteren Look, während dieser hier eher so ein bisschen deckend ist. Es ist eher so dewy, durchscheinend, glowy, reichhaltig, Kokosöl halt. Und das ist eher so ein bisschen matter, fester, deckender. Auch eine Foundation, die ich sehr gerne verwende, die ich jetzt gerade irgendwie... Ach doch, da ist sie ja. ...ist die von Bare Minerals. Ich habe hier die Farbe Warm Light, die allerdings zu hell ist. Ich mische sie immer. Und jetzt war der Kleiner. Ganz schnell, ganz schnell. Auf jeden Fall ist die jetzt keine Naturkosmetik. Aber die verwende ich super gerne, wenn ich so rausgehe. Das wollte ich noch mal sagen. Ich finde die wirklich super, weil die so einen natürlichen Look macht. Und ja, matt ist, aber nicht zu matt. Also das gefällt mir echt richtig gut. So, das war es jetzt von meinen Favoriten. Ich verabschiede mich von euch und bis dann, der Kleine, wenn ich was los.